Hallo zusammen, habt ihr heute in einer Woche schon etwas vor? Hä? Nicht? Dann könnt ihr an Stars in Town gehen, und zwar ganz gratis. Wir haben zwei Tickets für den Mittwochabend, die wir jetzt raus haben. Unter anderem mit der SASS, gesponsert von Mikro übrigens. Und um hier zu gewinnen, schreibt euch die Facebook-Seite. Schreibt dort in die Kommentare. Und wer weiss, vielleicht gehört eines von diesen beiden Tickets dann bald euch. Viel Spass und viel Glück!